Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ich freue mich wahnsinnig, dass du auch in diesem neuen Jahr in 2024 wieder eingeschalten hast oder vielleicht auch das erste Mal. Und natürlich möchte ich dir zunächst einmal ein frohes neues Jahr wünschen. Alles Liebe und Gute für dich, Gesundheit, Glück, Erfolg im Business und das, was du dir ansonsten noch wünschst für dieses neue Jahr, was gerade erst angefangen hat. Ja, in dieser Episode möchte ich dir ein frohes neues Jahr wünschen. Natürlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite möchte ich zwei Gedanken mit dir teilen. Hallo und herzlich willkommen bei Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und in diesem Podcast erfährst du als Online-Selbstständige und Unternehmerin, wie du mehr Ordnung in deinem Marketing-Chaos bringen und mit weniger Aufwand mehr Wunschkundinnen gewinnen kannst. In diesen Quick-Tipps zeige ich dir, wie du in nur fünf Minuten ein wichtiges Learning für dich und dein Business mitnehmen kannst. Viel Spaß dabei! Der erste Gedanke ist, dass ich gerade die Rauhnächte zelebriere. Das heißt, heute war die zehnte Rauhnacht und ich habe das letztes und vorletztes Jahr auch schon mal probiert. Da hat es für mich tatsächlich nicht ganz so gut funktioniert. Es hat sich mehr so wie so eine Zwangsübung angefühlt, aber es ist irgendwie nicht so richtig zu mir durchgedrungen. Und nachdem das Jahr 2023 bei mir ja eher so durchwachsen war, habe ich gedacht, okay, ich probiere es nochmal mit den Rauhnächten. Ich habe mir einen ganz tollen Kurs gegönnt von der Anja und der Karin, heißt sie, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall verlinke ich dir die beiden auch in den Shownotes. Genau, das ist nämlich die Anja von Gänseblümchen Sonnenschein und die Karin von Jubeltage. Und dieser Kurs ist sowas von schön gemacht und ist sowas von herzerwärmend. Also ich liebe es inzwischen zu räuchern und ich mag die Affirmationen, die Karin teilt. Und es tut mir richtig, richtig gut. Und heute war eben eine Affirmation dran, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar lautet die Affirmation, ich erkenne, welche Dinge ich in meinem Leben ändern kann und packe sie an. Ich gebe den Widerstand gegen das auf, was ich nicht ändern kann. Und das kommt dir vielleicht bekannt vor, denn das klingt so ähnlich wie dieses sogenannte Gelassenheitsgebet. Das lautet ja, ich wünsche mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und ich kann an dieser Stelle behaupten, dass ich dieses Gelassenheitsgebet bis heute nicht kapiert habe. Oder zumindestens habe ich es nicht verinnerlicht, sagen wir es mal so. Und heute hat die Karin das eben in ihrem Input-Podcast oder in ihrem Input-Audio einmal ganz genau aufgeschlüsselt, was mit diesen einzelnen Punkten gemeint ist. Und ich möchte mal behaupten, jetzt habe ich es kapiert. Also dieser Teil, Dinge hinzunehmen, die man nicht ändern kann, da geht es eben wirklich um die Akzeptanz. Zu erkennen, dass es Dinge gibt, auf die man keinen Einfluss hat und da wirklich zu sagen, okay, da ist etwas, da kann ich keinen Einfluss drauf nehmen, das passiert jetzt gerade so und das nehme ich so hin, wie es ist und ich akzeptiere es so, wie es ist. Mir ist es deswegen so klar geworden, weil die Karin auch ein Beispiel gebracht hat, was ich total nachvollziehen kann, nämlich, dass ihre Tochter krank war und sie versucht hat, parallel zu arbeiten. Und sie dann irgendwie unglücklich war und es sich auch gar nicht nach Leichtigkeit angefühlt hat, weil sie natürlich beidem nicht gerecht werden konnte. Ja, und dieses, dass ihr Kind krank geworden ist, das ist eben eine Sache, ein Ding, was man hinzunehmen hat, ja, was man nicht ändern kann, was passiert. Und dann aber auch zu sagen, okay, dann arbeite ich heute eben nicht oder ich schaffe eben nicht so viel, das hinzunehmen. Das möchte ich auch für mich mitnehmen in 2024. Der nächste Punkt ist ja dann, dass man Dinge ändern kann oder sollte, die man ändern oder Dinge ändern soll, die man ändern kann, so muss man es sagen. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel ganz, ganz viel bei meinen Kundinnen auch sehe, die manche Dinge einfach hinnehmen, die sie nicht hinnehmen müssten. Bestes Beispiel ist da immer, dass viele meiner Kundinnen auf Social-Media-Kanälen aktiv sind, die sie nicht mögen und auf denen sie sich nicht wohlfühlen, nur weil ihnen mal irgendjemand gesagt hat, dass sie dort aktiv sein müssten. Und das ist eben kein Zustand, den man hinnehmen muss, sondern das ist etwas, was man ändern kann und was man entscheiden kann und auch entscheiden sollte. Das heißt, da genau hinzuschauen, sind das Dinge, die ich hinnehmen muss, weil ich sie nicht ändern kann oder sind es Dinge, die ich ändern sollte, weil ich sie ändern kann. Und genau diesen Unterschied zu erkennen, das habe ich eben heute aus dieser Rauhnacht für mich mitgenommen und es hat mich wirklich, es hat mich so getroffen oder auch so, wie soll ich sagen, beeindruckt, dass ich das ganz gerne mit dir hier in diesem Quick-Tipp Nummer 16 teilen wollte. Ja, das war der eine Punkt. Der andere Punkt ist, was du natürlich auch nicht hinnehmen musst, ist, dass du keine Jahresplanung hast. Und deswegen kommt jetzt hier ganz, ganz kurz der Werbeblog, nämlich für den Jahresplanungs-Workshop nächste Woche Mittwoch am 10.01.2024 von 14 bis 17 Uhr. Und als kleines Dankeschön dafür, dass du so fleißig meine Podcast-Episode hörst, habe ich dir einen Rabattcode eingerichtet und der hat es tatsächlich in sich. Der Rabattcode lautet DANKE50 mit einem großen D wie Dora am Anfang und dann der Zahl 50 direkt dahinter und du bekommst satte 50 Euro Rabatt auf den Jahresplanungs-Workshop. Einfach, weil du so fleißig meine Podcast-Episoden hörst. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du dir diese Episode angehört hast, dass du dabei warst, dass du, ja, wieder Teil dieses Podcasts bist. Und, ja, ich freue mich, wenn du am Mittwoch mit dabei bist und auch du dann mit einem Plan, einem Businessplan, einem Marketingplan für 2024 rausgehst in dieses neue Jahr. Ich habe mir auf die Fahne geschrieben, dass niemand am Mittwoch um 17 Uhr den Zoom-Raum verlässt, ohne dass er nicht ganz genau weiß, ja, was er in dem Jahr erreichen möchte und wie er das erreichen kann und auch tatsächlich in die Umsetzung kommt. Das heißt, wir werden einen Rückblick auf 2023 machen. Wir werden uns überlegen, was wir in 2024 erreichen wollen, welche Handlungen wir dafür vornehmen müssen und wir werden das herunterbrechen auf einzelne Aufgaben, sodass auch wirklich jede anwesende Person, und es haben sich schon einige angemeldet tatsächlich, dann auch weiß, was die nächsten wichtigen Schritte fürs Business und fürs Marketing sind. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dabei bist. Den Link zur Anmeldung findest du natürlich in den Shownotes, genauso wie meine E-Mail-Adresse info at silkeschönweger mit oe.com. Falls du Fragen hast, schreib mir super gerne. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche Mittwoch oder hören uns nächste Woche Donnerstag wieder zu einer neuen Folge von Alles im Griff im Online-Marketing. Lass es dir gut gehen. Mach dir eine schöne Restwoche. Deine Silke Schönweger. Deine Silke Schönweger.